Hallo und herzlich willkommen zu Call of Duty World at War. Lüge! Ja, dann sagst du nichts, Mama. Nee. Äh... Einfach, einfach... Rauswerfen. Einfach, einfach aufgehen. Hast du dir jetzt rausgeschmissen? Jawoll. Wie geil. Okay, komm wieder rein. Das ist, wenn man einen auf die Große macht und seine Rechte ausnutzen muss. Richtig, richtig arschlich. Das hätte jetzt von mir kommen können. Haben's ja auch. Nein, ich hab das anders gesagt. Damals. Im Namen von Dominik. Damals auch im Krieg, ne? Ja, zu Adolf Seiden hab ich das auch anders gesagt. Ja, Leute, auch hallo und herzlich willkommen von meiner Seite aus zu diesem Spiel. Als er das gesagt hat, Leute, da gab's die Grenze noch. Ja, ja, ja. Das waren noch Zeiten, ne? Ja, ja. Muss erstmal ein Schluck trinken. Ich hoffe, das stört keinen. Freundchen, Freundchen! So! Wollen wir das heißen? Oh. Was soll was heißen? Ich weiß ganz genau, was ich meine. Nee. Hätte ich ja nicht gefragt. Ey, bis Start ist auf den Boden gefallen. 24. April 1945 mein Geburtstag. Nein. Das ist heute. Ey, was ist heute? So, was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn hier? Kann ich? Ähm. TPS H41. Die hab ich auch. Oh! Oh! Oh Granatu! Oh Granatu! Ja. Das würde wir gerne machen, naja. Warum jetzt Krieg? Die Russen wollen was. Die Russen wollen Krieg mit uns. Ach so. Dann sind wir einfach, weil ich hab das Spiel glaub ich verstanden, wir sind eigentlich nur ein deutscher Agent, der das Vertrauen der Russen bekommen möchte. Und deswegen sind wir jetzt hier und töten Deutsche. Um... Um... Um dann... Ich hab doch tatsächlich die falsche Waffe aus... Ah, ich bin doch dämlich. Ich bin so dämlich. Ist halt ein Fisch. Ja, ich bin so... Ja. Richtig. Es ist grad übrigens 3 Uhr nachts, also... Oder er könnte uns ein paar Fehler uns ja auch bestimmt verzeihen. Ja, okay. Oh! Ne, du hast mich grad alles an einem Stück auf. Oh! Das ist eine neunstundenartige Session. Hast du gerade unseren Mann? Hast du gerade unseren Mann eingeladen? Hast du gerade unseren... Aua! Was? Hast du gerade unseren Mann ange... Alter, was ist hier los? Nimm das du Arschloch. Wie? Der kriegt dann sogar noch Molly. Äh, weil ich davon, dass ich unseren Mann angeschossen habe. Ja, das hab ich. Hab ich auch so ins Gesicht geschossen. Ey, die Waffe ist eigentlich voll geil. Ich mach das so, ey. Na, TPSH? Ja, ich hab halt bloß keinen Müll nie mehr. Ja, auch einen Müll nie mehr. Wir müssen unsere eigenen Leute töten, dann kriegen wir wenigstens. Ich hab mir schon ein deutsches Gewehr aufgehoben. Hab ich auch schon. Ich hab einen MP40. Jetzt hab ich auch einen MP40. Und nicht. Oh! Oh! Oh, ich hab ein Raketenverkassel. Ja, lieber 48. Ey, schön. Geht schon die ganze Zeit hier rum. Ja. Ich hab auch noch mal. Es ist 837 Leute der Panzerfaustel. Ja, man hat's nicht verstanden. Das war ein Panzerfaustel und ich auf Infanterisch. Ja, genau. Ich hab's kassiert. Ich sterbe. Ich stehe schon. Ja, hallo. Ja. Nee, ich bin tot. Doch. Ja! Was gibt der mit einem Raketenwerfer der Jude? Der Schreiber hingfischen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier geht's. Ja, keine Ahnung. Dorte. Janne, du hast gerade zur deutschen Wehrmacht, die unter der Leitung von Adolf Hitler stand, Jude gesagt. Was ist denn mit dir falsch? Es war. Er hat gesagt, dass der eine der gegen die du kämpfst als Jude ist. So, jetzt hab ich. Ich hab mich tot. Ich hab mich tot. Ich hab einen Raketenwerfer abgeknallt. Habt ihr nicht gesehen? Nee. Ich guck, wenn der gegen gleich Raketenwerfer passiert. Das steht da. Das sieht halt jüdisch aus hier alles, ne? Das sieht irgendwie nicht deutsch aus. Ich hab auch beläufiges Schrot fängt, Alter. Ohoho. Jetzt wird noch Raketenwerfer. Also das wäre in 3D jetzt voll geil gekommen. In 3D hätte ich mir glaube ich in die Hose geschissen, wenn genau vor mir eine Raketenwerfer schoss, ich studieren würde. Zum Glück sind wir nicht bei dir, Jan. Bist du? Ja. D Birth, hinsichtlich der Exorcist in 3D, Alter. Ahahahahaha, Alter. Oh, ich bin tot, mich triff. Ich die auch. Ich hab raketen trouvé'n verk 38. Kommt. Da komme ständig irgendeiner raus. Wie die übertreiben, ne? Ja, da kriegst du erstmal로 Morklinspritz in den Hals. Alter. Ich hab gerade drich. Los! Renn da rüber, renn da rüber, rüber. Der Typ ist gleich tot. Ich bin schon tot. Das ist realistisch. Molli rein, Molli rein, Molli rein! Verbrennt die Bücher! Ach ne, wir machen ja die Deutschen. Aua! Weißt du was? Ja geil, er ist mal genau daneben gehauen. Was? Ich bin die Deutschen, dreh dich um. Ja, wir müssen Panzerbrauch sein. Müssen wir mal rumlang? Ich laufe auch nur da lang, wo ich glaube. Ich hab im Weg schon nichts gefunden. Hier steht eine MG. Loll, was sind das für Deppen, die haben gar nichts gesehen. Ich wurde geportet, glaube ich. Oh, er wurde gerade gebaut. Ich bin durch die Tscheche gelaufen. Hier ist ne Mosin, nehm ich die Mosin mit? Nein, ich nehme das zur Deutschen. Die Fatima sieht scheiße. Also sie ist nicht schlecht, aber sie ist nicht gut. Aber sie ist scheiße, ne? Sie ist nicht schlecht, aber sie ist scheiße. Ist einfach nicht gut. Kann ich hier durchs Fenster hüpfen? Na geil. Oder das ist Melofana Elders heute, was das war, was das war. Gibt da echt geilen Grafik. Also okay, das ist ein Verhältnis, echt geile Grafik. Nochmal, wer holt das bitte? Ich hab nur Elders heute mitbekommen. Das wär auch cool im Pacific, im Co-op-Mode. Das war auch Multiplayer richtig geil, aber die Server sind alle kacke geworden. Also die gibt's glaube ich gar nicht. Boah, ich kicke zu viel. Ey, ich krieg das in T, ey. Ich bin zu verhindert. Aber, Fabi, wenn, dann hätten wir Metal of All Elders Fall Spearhead. Ich hab ja die komplette, komplette Edition mit, äh, Metal of All Elders Fall mit allen erweiterten Packs hab ich ja. Geklaut. Ja, ja. Leider, leider. Ja, Molly für euch, beim Strömen mit Regen, Freunde. Boah, da war das? Wie war das, was bei Steam am Angebot war? Was? Metal... Metal Foner? Ja, das war, wenn wir auch mal Metal Foner gehabt, was hier ist. Bei Steam am Angebot. Das war ein Molly rüber. Das ist ja nix. Wie viel da rauskommt aus dem Haus. Was ist denn los? Da hab ich kein Fuh. Kein Molly mehr. Alter, wie viel... 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 Will Dodge neben euch. Steht hier irgendwo noch ne, oh... Eaja, du bist voll hästlich! Jetzt kann das auch bald! Seid fühlst du mit deiner russischen Mütze da. Mach doch massa SD von uns ein, ne? Germany? Ja, man. Du bist richtig hässlich aus. Ich hab nochmal... Das ist ja toll... Das ist ja toll, dass ihr das so seht. Das ist ja toll, dass ihr das so seht, ey. Das war aber Jan. 70 hab ich verguckt. Wie ist der? Wusste ich. Konori! Bullothhof! LOL, zieht euch das Haus rein. Hier ist einfach nur zu. Wo kommen die ganzen Leute her bei mich? Die haben da gewohnt, sah ich doch. Boah, wie man schon wieder nicht rennen kann. Boah! Wurde gerade zurückgeblieben, glaube ich, oder? Wir laufen so episch slow-motion. Ah, jetzt nicht mehr. Schauen wir mal in den Rauch rein. Hallo! Oh! Ich werd ja nur noch geportet, was denn los? Den U-Ban. Nach Subway. Metro. Oh, ist zu. Tut mir leid. Das wird behoben hier. Oh, ich hab dann... Oh, okay. Alles gut. Komm! Mach! Wir machen Holzgeil dazwischen. Ja, früher haben wir hiken dabei. Bei Bond-Mannstag in die U-Bahn renntet... Ich werde schon wieder geportet, sag mal. Alter, das ist ziemlich schwierig so zu schießen. Ah, jetzt gehts. Ich bin noch gar nicht geportet. Und wahrscheinlich der, bis der mal vorläuft. Nö. Wenn wir dann geportet werden. Ich war krass unter euch. Ich war krass unter euch. Das hab ich aber für Gerücht. Da geht's 42. Ich bin in die Munition. Ich bin im Chat. Ich war im Chat. Ja, ich treff noch ne Granate, werf noch ne Granate. Ich bin ja nie schon vor. hier, ich hau das Ding in die Eier! Also ich war jetzt durchsuchen, dass wir uns auf der anderen Seite, ne, also... wenn wir da sterbte drüben haben wir ja keines, woher, damit wir erstmal richtig lang gelaufen. Ich bombardiere gerade alles. Ich war auf einen Streich. Äh, wie komm ich denn jetzt da jetzt drüber? Ah ja. Bist du sicher, dass wir die richtig sind auf der Seite? Ihr seid doch falsch. Ne, ich bin jetzt auf deiner Seite. Ne, scheißegal, aber. Ich hau Kuhbahnsturz! Warum sind wir denn hier reingegangen? Bei mir auch. EPSH geht richtig ab eigentlich. Warum stehen neben mir noch Deutsche? Ich hab's genau gesehen, wie sie hier alle aufgetaucht sind. Hehehehe. Füßt euch eure Ziele, sobald die Lichter sind. Ich schaft! Wurde wieder geboortet. Ich hab's ruhig auch mal geboortet, ne? Obwohl ich eigentlich auch, obwohl ich auch da war, jedenfalls genau hinter dir. Einfach mal alle umballern. Kann man hier schon drüber? Nö. Da kann man einfach nicht drüber gehen. Da kommt... Ah, ich weiß nicht jetzt, woher. So, ich hab jetzt meine Granatio. Hahaha, ja, gut. Oh. Ja. Ich hab mich richtig entdeckt. War ich das falsche Spiel? Ich hatte kurz das falsche Spiel gewesen, als ich hier erzählt habe, aber... Nein, das ist das richtige Spiel gewesen. Kommt ein Tiger, ne? Das sag ich nicht. Nee, was soll sonst kommen? Kann der nur ein Panzer oder so? Oder ne Wasserwände? Oder eben doch ein Panzer, wie ich's gesagt habe. Sieht das aus wie ein Panzer? Sieht das aus wie ein Panzer? Ich dachte gerade, ich hab den Panzer kennengelernt. Kommt ein Riesenwasser, wenn er sagt, ja, ich glaube, er kommt ein paar Hackser. Hahaha. Das war's. Ihr hattet schon eingepennt, glaube ich, vom Rekt, ne? Nee, die Russen sind jetzt tot. Ach so, okay. Die wurden vom Wasser getötet. Weißt du? Der Krieg, alle Sterne erschossen und sterben in Konzentrationslager. Was passiert denn? Sie werden von der Welle getötet. Das ist irgendwie schon bitter, ne? Ja. Fabian hat wieder die meisten Assis, war klar. Nein, Abschluss hatte ich die meisten. Du hast die meisten Assis. Nee, du hast 20 Assis. Ich habe 10 Assis. Ist doch not. Ich hatte aber 90 Kills. Na gut. So, Leute. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen euch noch einen super Tag und sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play Call of Duty World. W-A-W. Ich hab irgendwelche Sprechfehler bei diesen drei Wörtern, ne? Egal. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Let's watch this city burn the world. Let's watch this city burn. From the skyline to the top of the world. Till there's nothing left in her. Let's watch this city burn the world. Body doused in ash with two empty cans of gas. The only evidence they have is the police sketch of my mask. And it's hard at times to ask if you could save my heart for last. And it's hard to face the facts when the darkness fades to black. It's not just make believe when they make me take a seat. And they put amphetamines in the air and make me breathe. So come on and grab your children. Look out for burning buildings. And villains who pillage the killing by the millions. And billions of people died for a lost cause. So now I pray to my nation destroyed under God. It's the end of the world. All my battles have been won but the war has just begun. Let's watch this city burn. From the skyline to the top of the world. Till there's nothing left in her. Let's watch this city burn the world. This city looks so pretty. Do you wanna burn it with me? Till the sides lead ashes. And this fucking sky crashing. The actress with matches that ignite the flame. And all the hosts of a young team fucking insane. They say, take the pill. And go and fuck, go and kill. All of the acid light, acid death. Breathing till there is no breath. I will not die in the night. But in the light of the sun. With the ashes of this world in my lungs. But who am I to say? Let's all just run.